Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Team Boss Der Grund, warum das Video nicht gestern rauskam, sondern erst jetzt ist, dass Enercrank gerade Fieber und Corona hat und ich habe jetzt gestern gewartet und heute gewartet dachte ich mir so, ey, ich will jetzt wieder aufnehmen, fuck it deswegen werde ich jetzt heute allein aufnehmen morgen eventuell mit Enercrank und übermorgen und er wird morgen dann noch eine Folge allein noch aufnehmen und ja, jetzt ist eine Folge ohne Enercrank und es sind gleich ein paar Leute auf dem Server denke ich mal, hoffe ich mal, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht bis gleich außerdem vergesst nicht, unseren Podcast aus Spotify zu folgen Deppart und Comedy und folge noch gerne auf Twitch äh, twitch.fost.de, da poste ich, äh, streame ich fast täglich, maybe auf jeden Fall einmal eine Woche und dann jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge oh scheiße, what the fuck was oh scheiße oh mein Gott, die sind hier, fuck oh scheiße ich könnte dich easy holen, XD ich könnte jetzt einfach holen ja mach ich aber nicht, mach ich aber nicht heilige Scheiße oh fuck, alter Junge, Junge, Junge hat der, ist D-Docs auch hier? was? N-Docs ist gestorben? ja, äh, ich kann da jetzt auch nix machen I mean, seine Sachen sind jetzt weg alter was, der ist einfach im Void gespawnt okay, ich gebe, ich gebe nie wie eine Chance ich gebe nie wie eine Chance ich habe gerade schon im Void gespielt, dass ich einfach ihn verkill Slash-TP den Detox alter Scheiße, Junge okay, ich habe gesehen, manche haben schon, äh, Dias oder sie waren auch schon im Nether deswegen deswegen, deswegen, deswegen muss man sagen, kurz Wasser holen und wir haben viel in Steel sozusagen, maybe Portal bauen Scheiße was soll ich jetzt hier machen? ich bin hier gerade ein bisschen zielgespalten ich weiß, dass jemand hier auf jeden Fall, ähm Scheiße oh, ist ein Bogen er hat mir einen Bogen gejobbt let's go ähm jemand hat hier schon mal von, äh, auf jeden Fall schon mal ein, ähm ein Lava, ähm ein Lava Portal, sag ich schon ähm ein Portal hat sich gemacht ja, hier gibt's echt nix mehr in der Höhle zu sehen okay, okay, wir gehen's raus, wir gehen raus, ähm ich bin in dem Portal auf jeden Fall er nimmt im Dorf, meine ich okay, okay, okay ähm oh, what the fuck heilige Scheiße wer hat das denn denken können, dass sowas passiert, Alter weg, 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 weg scheiße, 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 scheiße hee einfach so hee was, Phantoms? Danny Phantoms? oh, fuck wa, bro will er fight? ey, die Koordinaten geschickt willst du doch fight ich verstehe er will fight? willst du fight? der will echt'n fight und damit sind meine 20 Minuten rum ich hab komplett die Zeit vergessen lol, scheiße wir hätten fast nen Gegnerkontakt heute gehabt ähm gut, Leute, das war die überhaupt unnötigste Folge Minecraft Team was ever absolut, welche wir mit einer Crankler spielen oh man äh ja ich will sagen äh, das war's ähm schaut bei einer Crankler vorbei jetzt eine POV und auch gerne bei allen anderen in diesem Link in der Videobeschreibung ähm meine ich, die sind auch schon gestorben und so oh ja sagen haut rein ähm folgt noch unserem Podcast und Deutsch und wir sagen dann sehen wir uns morgen wieder es wieder heißt Minecraft T-Wars Tschüss